Ein Teil der Brüder, die Schwester, er redet noch ein bisschen Jüdisch von der Erde. Ich sage euch, dass du kommst an der Erde zu sein, das ist, das ist eine, das ist eine Mitzvah, das ist ein Teufel, das Gott gibt uns, das Schuss zu kommst an der Erde zu sein. Es sind die Augen. Es ist ein geöffneter Herz, mit viel anders, mit viel anders, mit viel anders. Und jetzt, bei der Röschung, der Erbende, der Erbende, das ist ein Teufel, mit dem Gott, und der Erbende, mit dem Erbende, der 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 Erbende, Vielen Dank.